Okay, als erstes die Ferse vom unteren Fuß hoch, beide Fersen bleiben aufeinander, öffnen und schießen. Bitteschön hochziehen. Bitteschön hochziehen. Aber nicht ganz ablegen, dass das Bein immer noch auf Spannung ist und auch das Band die Spannung nicht verliert. Also auf dem Band ist immer Spannung. Bein ablegen. Beide Hände gehen übereinander, Knie bleiben so, öffnen und schießen. Bitteschön hochziehen. Bitteschön hochziehen. Bitteschön hochziehen. Unter und hoch. Unter und hoch. Und lösen. Andere Seite. Als erstes die Muschel. Fuß unten lassen. Ferse hoch. Andere Ferse bleiben oben drauf. 쪽. Und wieder. Unser Bein komplett ablegen und das obere geht gerade nach oben und wieder runter, sodass das Band immer noch auf Spannung ist. Bein ablegen, Hände übereinander und öffnen und schießen. Vielen Dank. Dann wieder Bein nach vorne ziehen und zurück. Und kreisen. Immer schön das Knie nach unten rücken, am anderen Bein vorbei Richtung Boden und wieder hochziehen. Und wieder hochziehen. Und wieder hochziehen. Und wieder hochziehen. Und wieder hochziehen.